So, hallo und herzlich willkommen an die Jungs und Mädels da draußen. Der Sisko ist wieder mal für euch am Stissel und an alle Blizzard-Fans da draußen. Es ist der 16. Mai 2012, das heißt gestern ist Diablo 3 erschienen. Und ich dachte mir, für die ganzen armen Seelen, die sich das Spiel leider noch nicht kaufen konnten, aber trotzdem mal ein bisschen einen Blick reinwerfen wollen, mache ich mal ein Let's Play, vielleicht drei, vier Folgen, um euch einen kleinen Einblick in das Spiel zu geben. Wir sind also gerade dabei, unseren Charakter auszuwählen. Wir gucken mal, was es gibt. Wir haben hier also unseren Barbaren. Primärattribut Stärke, ist klar. Dieser stoische Krieger nutzt seine gewaltige körperliche Kraft, um seine Feinde zu zerschmettern. Okay, also ein Mele-Charakter, da bin ich eigentlich nicht so der Fan von. Der Dämonenjäger. Distanzwaffen und Manipulation der Schatten machen diesen Helden zu einem raffinierten Dämonenbezwinger. Okay, Distanzwaffen hört sich schon mal besser an. Der Mönch sieht recht interessant aus. Ein heiliger Krieger, der schneller ist, als das Auge folgen kann und seine Feinde mit präzisen Schlägen beseitigt. Das hört sich sogar recht interessant an. Der Hexendoktor. Dieser Manipulator der Mächte von Leben und Tod nutzt die Macht der Geister auf gewitzte und erstaunliche Art. Okay, und der Zauberer ist ein Meister der temporalen und elementaren Energien, die die Schöpfung selber antreiben. Okay, das sind also die Klassen. Ich glaube, wir gehen mal mit Mönch. Da habe ich irgendwie Bock drauf. Schneller hat das Auge. Ist nie verkehrt. Primärattribut Geschicklichkeit. Sehr gut. Dann nur noch benennen. Natürlich heißen wir es Skollen. Helden erstellen und es sollte losgehen. Nee, noch nicht ganz. Stufe 1 ist Skollen Mönch. Sieht noch ein bisschen karl aus. Ich hoffe, das wird sich gleich noch verbessern. Dann gucken wir mal. Okay, anscheinend gibt es jetzt erst nochmal einen Ladebittschirm. Die Götter sind in allem. Und überall erkenne ich Zeichen von Veränderung. Der Wind trägt eine unnatürliche Kälte mit sich und mein Volk beginnt unruhig zu werden. Nun kommt Feuer von den Sternen und versenkt die Gewölbe der Himmel. Ich muss den Willen der Patriarchen ausführen. Wenn sie sehen wollen, sehen sie durch mich. Wenn sie zuschlagen wollen, bin ich ihre Faust. Wenn sie das Licht der Wahrheit entzünden wollen, bin ich ihre Fackel. Sie haben mich an den Ort geschickt, an dem die himmlische Flamme niedergegangen ist. Mein Geist ist klar. Ich werde Tristram von den wandelnden Toten befreien, die nach dem Feuer kamen. Ich kann Angst und Tod riechen. Der gefallene Stern ist nahe. Okay, wir suchen also nach dem gefallenen Stern. Und ja, mal sehen, wie wir gleich angreifen und solche Scherze. Also bewegen ist kein Problem. Mit der linken Maus, da ist einfach irgendwo gedrückt halten. Und. Ah, bam. Ich muss noch zweimal draufhauen. Alles klar. Das war also der erste Gegner, den wir locker besiegt haben. Zack, zack. Schneller als das Auge sehen kann. Alles klar, Mönch. Du hast es drauf. Ich habe noch kein zweites Spiel. Alles klar, ich kann im Moment nur mit der linken Maus das da draufhalten. Aber das sieht doch soweit schon mal ganz gut aus. Neu Tristram. Aha. Aha. Hauptmann Rumford. Der gefallene Stern hat das Gleichgewicht dieses Landes gestört. Ich suche nach ihm. Er ist in die Kathedrale eingeschlagen. Es gab nur eine Überlebende. Lea. Ihr solltet mit ihr sprechen. Hauptmann Rumford. Das sind noch mehr. Oh, was? Da sind noch mehr? Wir können die Tore nicht öffnen, bis wir sie zurückdrehen haben. Ach so, ich muss erst mal die Toten hier zurückdrehen. Jetzt habe ich übrigens doch anscheinend einen Mele-Karakter genommen. Aber okay. Die Bestein, sobald unser erstes Wasser kommt, wird das schon wieder besser. Oh, da haben wir einige Monster, die wir echt nicht bekommen haben. Aber ich habe da Hilfe. Das ist ja nicht verkehrt. Auferstanden halten wir. Also okay. Abgeschlossen. Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. Jaha. Hier findet Lea im Gasthaus zum geschlachteten Kalb. Alles klar. Lea weiß also, was es mit diesem gefallenen Stern auf sich hat. Alles klar. Hier werden anscheinend Leichen verbrannt, wie es aussieht. Okay. Die brennenden Leichen haben wir. Die Toten suchen uns heim, seit das verfluchte Feuer herabkam. Wir müssen sie verbrennen, nur um sicher zu gehen, dass sie sich nicht aus ihren Gräbern erheben. Ah, okay. Ich bin gekommen, um mehr über den Fall des alten Tristram zu lernen. Das hier ist näher an der Geschichte der Stadt, als mir lieb ist. Okay, also die Leichen kamen also zur gleichen Zeit, als dieser Stern vom Himmel gefallen ist. Er haltet den Segen. Ja, sehr. Jo, alles klar. Bruder Malachai. Jo, er hat uns erstmal geheilt. Alles klar. Was haben wir hier? Taschun, der Händler. Eine Handachst und ein Kurzschwert für 1400. Ne, das wollen wir noch nicht machen. Wir looten lieber erstmal. So, hier haben wir noch eine Truhe, eine Beutetruhe. Alles klar. Das ist übrigens von meinem anderen Spiel. Also, das gehört mir gerade alles noch gar nicht eigentlich als Mönch. Gasthaus zum geschlachteten Kalb, alles klar. So, hier müssen wir doch Lea finden. Da ist er. Oh, da verwandeln sich die Verwundeten. Und halten es für eine gute Ideen, der sich ein Zombie-Hunterbrunnen gesteckt hat. Ich bin weiser geworden. Ich bin weiser geworden. Für die Wirtschaft ist das der Tod. Alles klar. Stufe 2 heißt Neufertigkeit. Was haben wir denn? Als primär haben wir Donnerfäuste. Ihr greift ein Ziel mit einer Abfolge schneller Schläge an, die Gegner zurückstoßen kann. Okay. Das haben wir also. Aber wir können jetzt eine Sekundärfertigkeit nehmen. Ein fegender Tritt führt einen tödlichen Halbkreistritt aus, der effektiv gegen kleine Gegnergruppen ist. So. Alles klar. Den nehmen wir doch mal an. Schließen. Und mal gucken. Oh, bam. Ground House Kick, baby. Leas Zimmer. Hier war auch mal ein Tagebuch. Da ist es. Seit sechs Tagen werden wir nun schon belagert. Onkel Deckard wird weiterhin vermisst. Hauptmann Rumford und die anderen verlieren die Hoffnung. Ich sage ihnen, sie sollen nicht aufgeben, aber wenn nicht bald Hilfe eintrifft. Ja, ja. Wir müssen Deckard kennenfinden. Die Toten werden uns überwältigen, wenn niemand etwas unternimmt. Ich werde sie zurück in ihre Gräber schicken. Eure Stadt wird wieder sicher sein. Hab Dank. Ihr solltet mit Hauptmann Rumford am Tor sprechen. Er kann euch sagen, was zu tun ist. Alles klar. Auf geht die Suche zu Hauptmann Rumford. Und ich entschuldige mich an dieser Stelle schon mal dafür, dass es ab und zu an bestimmten Stellen hakt. Das liegt daran, wenn man gleichzeitig spielt und aufnimmt, dann kann das für so einen Computer recht anstrengend sein. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Und auch die Grafik ist übrigens ziemlich weit runtergeschraubt. Also für diejenigen von euch, die sich wundern, dass das Spiel vielleicht nicht so toll aussieht, wie sie es in Erinnerung hatten von der Beta oder sowas. Dann liegt das daran, dass ich alles auf niedrig habe. Aber jetzt haben wir erstmal Hauptmann Rumford. Ich werde euch dabei helfen, die lebenden Toten zu bekämpfen. Oh ja. Ich bewundere euren Mut. Aber Hauptmann Dalthin und die Miliz wurden von diesen Dingern abgeschlachtet. Nur ich habe überlebt. Das wird nicht mein Schicksal sein. Nun, ich habe euch kämpfen sehen. Erledigt die scheußlichen Mütter und ihre Königin. Sie sind diejenigen, die diese Abscheulichkeiten hervorwirken. Sie greifen die Barrikaden an. Oh. Da sind die Barrikaden. Die gehen dem Bach runter in Seitenlupe, wie es auszieht. Und... Aber probieren wir doch mal unsere neue Waffe hier. Sonst was machen. Bam. Nochmal. Bam. So. Die Leute helfen mir anscheinend. Das ist sehr gut. Töte die scheußliche Mutter haben wir abgestochen. Sehr gut. Probe Handschuhe. Erstmal aufsammeln. Achso, es waren auch gar nicht alle tot. Okay. Alles klar. Aber das haben wir soweit geschafft. Töte die scheußliche Königin in den alten Ruinen. Alles klar. Und als Bonus drei scheußliche Mütter töten. Ja, das wird doch wohl zu schaffen sein. Obwohl, wir haben ja was gefunden. Hier. Minderwertige Handschuhe. Rüstung 2. Ja, besser als gar nichts. Neues Wissen. Ich, Deckard Cain, war viele Jahre lang auf Reisen und habe über die seltsamen Kreaturen dieser Welt geschrieben. Doch der Anblick der scheußlichen Mütter verfolgt mich bis heute. Sie sind das, was von Königin Asylas abgeschlachteten Kammerzofen übrig geblieben ist, nachdem sie von niederträchtiger Magie entstellt wurden. Jetzt laben sie sich an Leichen und wirken sie wieder als lebende Tote hervor. Ach. So viel zum Thema scheußliche Mütter. Oh. Noch ein Torso am Start. Wandelnde Leiche. Verwandeln die sich in so ein Torso? Ne. Okay. Lass mir noch ein Auferstanden hier wegmachen. Gold einsammeln. Jawohl. Groundhouse Kick. Groundhouse Kick. Und leider nicht getroffen. Oh Mann. Tolle Wurz. Aber Gold einsammeln geht immer. Auferstanden gegen auch. Überhaupt gar kein Problem, Jungs und Mädels. Ähm, da ist irgendwas rotes auf der Karte. Und, oh, eine scheußliche Mütter. Die Idee müssen wir da wegmachen, um unser Bonus-Ziel zu erreichen. Und Gold sammelt da übrigens automatisch ein. Das ist sehr gut. Ich glaube, bei der Abruz 2 war das nicht so. Ja, was ist das Ding? Bam. Weg. Also, irgendwie. Weg. Ausgewichen sind wir auch noch. Ritzige Stoffhose. Gucken wir mal. Rüstung 4. Immer noch besser als nix. Und wir haben auch eine Scherpe. Rüstung 6. Alles klar. Oh. Na also, geht doch. So. Scheußliche Mütter müssen wir noch töten. Und die scheußliche Königin in den alten Ruinen. Alles klar. Gucken wir mal. Ob wir das schaffen. Baumstumpf. Leider nix drin. Das hier ist sowas wie ein Heilungstrank. Sehr gut. Wir gehen mal an den Ecken des Levels erstmal vorbei. Um zu gucken, ob da was ist. Die Vogel-Zeuche hat leider nichts gebracht. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Ist noch eine scheußliche Mutter. Jawoll. Bonus-Zief-Fakt erreicht. Reshot und weg war die, Alter. Gold eingesammelt. Hier sind Destructible Chester. Sehr gut. Hm. Aber... Ich weiß immer noch nicht, wo die scheußliche Königin in den alten Ruinen ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir gerade auf dem richtigen Weg sind. Oh. Da kotzt jemand irgendwas aus. Ach, das ist diese Mutter. Okay. Aber das dürfte doch das Bonus-Ziel dann sein. Wenn die Alter noch mal dahin gehen. Diese elenden Kreaturen sind verliebt. Die Stadt sollte nun erst einmal sicher sein. Bam. Bam. Die Stadt sollte also erst einmal sicher sein vor den scheußlichen Königin. Und aktive Fertigkeit freigeschaltet. Tödliche Reichweite. Da gucken wir doch mal. Ist eine neue Primärwaffe. Oh, ich sehe da oben Monster. Aber wir gucken erst einmal, was das hier ist. Also wir haben ein Ziel mit einer Abfolge schneller Schläge. Und das ist jetzt... Fügt mit jedem Angriff mehreren Gegnern in einer Reihe Schaden zu. Alles klar. Werden wir erst einmal annehmen. Schließen. Gucken, was das bringt. Oh, eigentlich bin ich noch nicht so weit. Oh, ihr könnt die Fertigkeit nicht benutzen. Das ist das nicht. Ah, ich sehe gerade... Er hat hier ein bisschen Geisteskraft anscheinend verloren. Oder so. Das ist ungefähr alles. Oder ist das voll? Ne, es ist voll. Alles klar. Dann weiß ich nicht, warum er gesagt hat. Ich bin noch nicht so weit. Aber gut. So, das war der erste kleine Boss auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben auch ein paar neue coole Sachen gekriegt. Da eine magische Axt. Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Alles klar. Obwohl, warte, ich habe ja schon was. Ein abenteuerlicher Schlagring. 3-0. Ah, die Axt ist 7-3. Bam. Erstmal die Axt natürlich nehmen. Der Beinschutz. Mit 6. Und links daneben seht ihr ausgerüstet 4. 6 ist meistens größer als 4. Also gut. Jetzt habe ich erstmal gar nichts. Alles klar. Und Schuhe. Rüstung 7. Nicht magisch. Auch gut. Alles klar soweit. Und hier haben wir Klammerkeller. Alles klar. Oh, Altspa. Allherrscht Karos. Und in der Stadt heißt es, Lachdanan habe den König getötet. Wenn es denn nur stimmt, dann könnten unsere Tage und Nächte der ständigen Angst vorüber sein. Auch nochmal den Endgegner mit dem Roundhouse Kick and Lady. Naja, nicht wirklich ein Endgegner, aber zumindest ein Gegner, der magische Sachen bringt. Und einiges an Gold laufen erstmal überall drüber. Dann gucken wir hier. Kurzbogen, Dolch, Beschützer und Tunika. Gold, Gold. Gibt es hier noch irgendwas interessantes zu sehen? Ich glaube nicht. Nein. Okay, das war quasi der erste kleine Dungeon. Und an dieser Stelle beenden wir das Let's Play dann mal. Den Part 1. In Part 2 seht ihr dann hoffentlich, wie ich die scheußliche Königin in den alten Ruinen töte. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.